Das ist das Ende für den Familiengärtnerverein Spalen bei Altschweil. Wie TeleBasel schon gestern berichtet hat, haben heute 160 Pächter die Kündigung für ihre Garten der Stadtgärtnerei bekommen. Grund dafür? Besitzerin, das Bürgerspital, weil das Land andersweitig brauchen und gibt nicht nach. Ich bin nicht der Mensch, der Konfrontation sucht. Aber wenn man sie so will, ich bin bereit für Konfrontation. Und unsere Klassikasse, die ist gefüllt. Der Franz-Ott, Präsident des Familiengärtnervereins Spalen, ist wässig. Grunde haben erwartet, dass über das Schicksal des Familiengärtners Spalen mit den beteiligten Parteien nochmals geredet wird. Am Mittwoch aber hat er erfahren, dass die 328 Familiengärten definitiv weg müssen. Heute, zwei Tage später, bekommen die 160 ersten Pächter die Kündigung auf August nächstes Jahr. Und das vom Baudepartement Abteilung Stadtgärtnerei. Bei allem Verständnis für die Pächterinnen und Pächter auf dem Areal, muss man schon sagen, wir haben das Bestmögliche daraus gemacht. Also wir haben die Kündigung kurz vor Weihnachten gekriegt. Am 23. Dezember, um genau zu sein, ist die Kündigung vom Bürgerspital bei der Stadtgärtnerei auf dem Tisch gewesen. Und dann haben das Halter Januar gebraucht, um abzuklären, wie viele Parzellen wie betroffen sind. Und vor allem... Woher könnte man die Pächter herantun? Das war ja nicht von Anfang an klar, dass es möglich sein wird, jedem, der einen Ersatzgarten möchte, auch einen anzubieten. Das hat einfach eine gewisse Zeit gebraucht. Und so ist es jetzt. Mit der Kündigung ist auch ein Fragebogen heraus, für die, die einen Ersatzgarten wollen. Das Ende des Familiengarten Spalen mit dem Ablauf des Nutzungsvertrags im 2013-Rund, ist laut dem Direktor der Grundbesitzer im Bürgerspital, dem Fritz Jeni, schon lange klar gewesen. Das Moratorium ist auf 15 Jahre abgeschlossen gewesen. Aber das hat dem Bürgerspital enorm viel Geld auszugeben. Wir subventionieren jeden Platz dort mit rund 9'000 Franken im Jahr. Also keine Diskussion mehr. Eigentlich müssten alle 328 Gärten schon 2013 weg. Das sei die ursprüngliche Abmachung gewesen. 15 Jahre Verlängerung. Wir haben jetzt trotzdem nochmal einen Vorschlag gemacht, von einem etablierten Vorgehen, dass zuerst nur die Hälfte von diesen Plätzen betroffen sind. Und wir müssen nachher nochmal abmachen, bis wenn alle anderen Plätze dann auch wieder aufgelöst werden. Rund 3 Millionen können das Bürgerspital pro Jahr durch dieses Areal einnehmen. Über die letzten 15 Jahre also rund 45 Millionen, die das Bürgerspital durch den Kompromiss nicht hätte erwirtschaften können. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Das Bürgerspital ist als sozialmedizinische Institution darauf angewiesen, auch aus Verträgen aus dem Vermögen, das wir haben. Und diese Parzelle ist für das geeignet, denn sie liegt in einer Gewerbezone. Und was da drauf kommt, das ist seit zwei Jahren in Planung mit einem Architekturbüro, wo Vorschläge erarbeitet. Das Ziel ist eine nachhaltige, schöne Überbauung. Man schwebt eigentlich fast eine campusähnliche Überbauung vor, eine ökologische Überbauung. Das heisst, es wird nicht einfach alles zugepflastert, sondern wir wollen auch eine Greenzone drin haben. Am 14. Februar setzen sich die ersten 160 Pächter mit der Stadtgärtnerei zusammen. Dort wird erklärt, wie es dazu gekommen ist und wie es woanders weitergeht. Wittokoth.